Hallo, mein Name ist D'Aquila, willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Sibirien und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 20 erreicht und wir stehen auf Rang Nummer 4 mit 161 Siegpunkten. Und das sieht ja doch wirklich nach einem ganz gemütlichen und gemächlichen Rundensieg aus, einem typischen Koalitionssieg. Namibia ist ja beigetreten, wir stehen auf Platz 1 mit 1164 Siegpunkten mit der Koalition, ein bisschen was fehlt noch. Aber es gibt ja wirklich fast niemanden, der uns da nur irgendwie gefährlich werden kann. Wir haben jetzt hier drüben Schottland ja rausgeschmissen aus Festlandeuropa, wir greifen Finnland an. Also auch wir tatsächlich, wir sind da ja mit unserem eigenen kleinen Armee-Kontingent vertreten. Nehmen jetzt hier immer wieder Stück für Stück Provinzen ein, müssen nur gucken, dass die auch dann geschützt sind, sollte aber alles reichen. Und wir nehmen ja auch noch gleichzeitig hier drüben Japan ein. Ich würde sogar mal sagen, wir schicken ein paar Verstärkungen rüber nach Skandinavien zur Hilfe, damit es da eben noch besser läuft. Und die brauchen wir eigentlich auch nicht alle in Japan. Japan ist ja schon gesichert. Da können wir auch mal ein bisschen entspannter agieren und alles rüber schicken. Das macht schon mehr Sinn. Und in Metzeln würde ich dann, ich wollte gerade eine Hafenbaum, weil ich dachte, das läuft besser. Aber wir haben ja wirklich gar keine Ressourcen, das geht mir auch nicht. Aber wir haben viel Gold, das werden wir gleich einsetzen. Also nicht Gold, aber Geld. Das werden wir gleich nutzen, keine Sorge. Dann haben wir alles aus Tokio bekommen. Und hier können wir jetzt noch nach Hiroshima vorrücken. Diese zwei können wir abwehren mit einer kleinen Garnison. So. Und wir haben jetzt auch Japan hier aus Korea rausgeschmissen. Da würde ich sagen, landen wir jetzt hier und schmeißen noch ein paar Truppen dann nach Pusan. Just in case. So. Obwohl, das können wir auch lassen. Die können dann vielleicht nach Kochi gehen und dann können die hier nach Pusan gehen. So. Und die Art, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr hier unbedingt. Die können wir dann auch rüber schicken. Wieder. Die waren ja gerade angekommen. Können wir zurückgehen nach Finnland. Und ja, wir haben jetzt eine Provinzteil erreicht von tatsächlich 78. Das heißt, wir sind auf Platz 3 der Provinzen vor China. Wer hätte das gedacht? Das würde ja nochmal so ein Comeback machen. Und langsam läuft es ja ein bisschen besser. Ist, wie gesagt, eine schwere Runde für uns gewesen. Einfach wegen der Größen. Aber wir kriegen jetzt ja unsere eigenen kleinen Gebiete. Hier auch da oben in 15 Sekunden kriegen wir noch Wardo. Das läuft doch wirklich gut. Und dann sollten wir auch bald imstande sein, vor China zu sein. Was die Provinzen, was die Punkte angeht. Und an Burma kommen wir wahrscheinlich nicht mehr ran. Hätten wir jetzt noch UK bekommen vielleicht. Aber das ist jetzt hier so sehr unwahrscheinlich. Wir können dann noch... Ups, das wollte ich nicht. Wir können dann noch hier die Allioten einnehmen. Können auch nach Alaska gehen später. Das war ja auch eigentlich unser angedachtes Ziel. Wir bauen dafür noch weiter aus. Aber es fehlt halt ein bisschen Wasser an Militärstelle, um das zu machen. Wir könnten nochmal Pyongyang eigentlich aufrüsten. Das wäre mal so eine Option, die wir haben. Dann können wir hier noch den Hafen bauen. Können dann dort eben mit Schiffen nochmal agieren. Aber es wird ein bisschen brauchen. Vielleicht würde ich sogar sagen, anstatt das jetzt zu machen, machen wir eine andere Aktion. Wir sammeln Truppen jetzt hier drüben in Nochotsk. Wird dann eben die Einnahme der Allioten. Dann hält man unsere Allianz noch ein bisschen da, uns schneller auszubreiten. Geht ja auch. Und dann können wir mit den verbleibenden Truppen eben da auch aktiv werden. Machen wir das mal so. Wieder ein neues Kommando. Ihr geht jetzt nach Sibirien. Und dann können wir den Truppen aus Japan da mithelfen. Können dann vielleicht in drei Tagen spätestens mit den Landungen beginnen. Und könnten eine Woche bereits in Alaska sein. Dann haben wir da wirklich den Krieg auch nach Amerika gebracht. Und dann werden wir auch langsam relevanter. Also es war wirklich eine Runde ohne große Late-Game-Fights für uns. Bislang wird es wohl auch nicht mehr geben. Aber zumindest hatten wir den großen Kampf gegen Korea. Und so kann man eben seine Runden auch mal gewinnen. Ein Rundensieg, den man im Profil hat, muss ja nicht immer eine große, krasse Aktion sein. Einfach so ein bisschen mitzumachen ist ja auch schon teilweise was. Klar haben wir andere Ziele. Ich will gerne größere Schlachten mit euch erleben. Diese großen, aggressiven Early-Games auch machen. Haben wir in dem Fall hier auch sehr gut probiert. Aber nicht immer kann es ultra krass werden im Mid- und Late-Game. Einfach weil auch wir eben so weit ab vom Schuss sind. Mit Sibirien hier die langen Reisezeiten. Die machen es eben auch nicht leichter. Und der große Frieden mit Namibia war natürlich auch ein entscheidender Faktor. Ich weiß gar nicht, ob... Ist eigentlich mal leise noch aktiv? Ja, so halbwegs. Okay. Aber nicht wirklich. Die bewegen ihre Truppen nicht mehr. Auch China ist weniger aktiv. Burma ist sehr inaktiv inzwischen auch geworden. Auch ist Namibia sehr inaktiv. Kann man immer daran erkennen, wenn sich dann die Truppen langsam stacken. Hier wurden schon seit Ewigkeiten keine mehr bewegt. Teilweise dann zwei, drei, vier Truppen und so weiter. Also die sind auch da, aber die bewegen ihre Truppen nicht mehr, weil sie es nicht mehr machen müssen. Ist das hier eigentlich ein Angriff, dass Madagaskar... Die sind einfach alliiert mit uns. Ist ja auch gut. Also, ja, die sind auch alle nicht mehr so aktiv. Klar, wenn die Runden enden, dann hat da keiner mehr Bock, so richtig alles zu geben. Kann man verstehen. Geht uns ja genauso. Aber wir haben zumindest bislang sehr gut unsere ganzen Generäle austesten können. Und da bin ich sehr froh mit. Aktuell laufen ja auch neue Operationen. Da bin ich auch tatsächlich aktiv. Und das ist sogar meine allererste Runde. Ich glaube sogar fast seit wir den Kanal gestartet haben. Ich hatte am Anfang noch ein paar private Runden, aber dann seit bestimmt jetzt fast zwei Jahren habe ich keine privaten Runden mehr gehabt in Supremacy. Alle Runden, die ich gespielt habe, sind früher oder später irgendwie auf YouTube gelandet. Das heißt, aktuell führe ich eine neue private Runde tatsächlich, die ich einfach jetzt nicht aufnehmen wollte, weil ich da überhaupt keinen Slot mehr habe. Schon die Sachen, die ich gerade aufnehme, kommen alle in gefühlt fünf Monaten. Wir sind gerade so krass im Content. Ich habe so viele Runden am Laufen, weil ich so viel Spaß habe. Aber ich will die alle zeigen, weil ich kann ja nicht. Wir sollen euch nicht hochladen. Und deshalb habe ich jetzt erst mal gesagt, wir machen mal eine private Runde. Ist weniger Stress für mich. Dann brauche ich da auch keinen Uploadplan machen für, weil das halt ultra weit in der Zukunft ist. Ist auch keine sehr spannende Runde. Aber es ist eben eine Speedkarte mit All Nations All In, wo man dann auch KI spielen kann. Und die ist für diese Operation Saber da. Und da läuft es auch dezent. Das heißt, wir haben bereits jetzt hier schon ein paar Allenby-Medaillen gesammelt und werden noch weitere sammeln. Und das Ziel da ist eben, dass wir nochmal den Allenby aufgerüstet bekommen, weil der ist ja wirklich so das Ziel auch. Weil der ist ja gerade fürs aggressive Early Game ultra gut. Wenn wir den auf Level 2 bekommen mit dem extra Cavalry Spawn, ist ja schon, ist einfach absurd krass, an Tag 2 das machen zu können. Und dann nochmal, ja gut, mehr bringt das nicht, aber dann ab Level 3 mit dem Movement Speed auch. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Also den will ich wirklich weiter aufrüsten, da freue ich mich sehr drauf. Und auch Lawrence von Arabien. Wir arbeiten ja dran, den aufzurüsten und dann erstmal freizuschalten. Wäre auch cool, den bei Zeiten zu haben. Wäre richtig geil. Und der Georg Bruchmüller hat nochmal ein paar Medaillen bekommen. Das wurde uns zugewiesen, da ja die Operationen ein bisschen buggy waren letzte Woche. Da wurde einiges nicht getrackt korrekt. Da haben wir jetzt eben für ihn ein paar Medaillen bekommen, den wir aber auch bei Zeiten dann Level 2 aufrüsten können. Wird auch schön sein mit dem 10% Movement Bonus. Sehr schön, auch für das Late Game. Ja, den würde ich gerne weiter aufrüsten. Nutzen ja Leute auch sehr aktiv. Auch wir haben den eben jetzt aktuell in ein paar anderen Runden aktiv genutzt. Das werdet ihr dann noch sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Und er wird tatsächlich bald auf Level 3 sein. Und das ist auch sehr cool. Unser Panzerwagenanführer, der wird dann nämlich seinen Panzerwagen spawnen bekommen. Der ist schon ziemlich solide, muss ich sagen. Also der ist für Tag 1, ist das optimal. Also du bist ja eigentlich uneingreifbar an Tag 1, wenn du dann quasi zweieinhalb, fast drei Panzerwagen spawnen kannst. Weil er ist ja auch sehr stark. Ist ja ein deutlich stärkerer Panzerwagen. Das heißt, du spawnst quasi eine richtig starke Defensive mit noch Defensivboni. Die dann auch noch skalieren mit den weiteren Panzerwagen, die du baust. Klar ist der im Mid- und Late Game nicht mehr so relevant. Aber das ist fürs Early Game eine ultra krasse Versicherung. Und auch eine gute Falle, wenn der Feind eben dann in der Provinz reinrennt. Du packst ja einen Rhein in der letzten Sekunde. Hast da richtig geile Verteidigung in der Provinz. Und da ist der halt schon wirklich grundsolide für. Also das ist ein richtig geiler General. Du bist im Early Game damit eigentlich unangreifbar. Und den will ich halt gerne weiter aufrüsten, weil der bringt schon einiges. Das ist halt, und vor allem sobald die dann eben ihre eigenen kleinen Truppen spawnen, ist dann nochmal mehr extra dabei. Das ist schon sehr gut dann. Und Kalian ist schon fertig. Da habe ich wieder hunderte Medaillen gesammelt. Ich wünsche, die könnte ich irgendwie noch einsetzen. Aber der ist schon am Maximum. Und da bin ich sehr gespannt auf neue Generäle. Mal gucken, was da noch kommt. Ich hoffe halt sehr auf Marine. Ich hoffe sehr auf Luftwaffe und auf ein paar neue Mechaniken in dem Feld. Weil gerade Marine könnte da wirklich profitieren von. Dass Marine eben nicht mehr so diese einfache Art. Du machst halt einen großen Stack. Hast ein paar U-Boote drinne als Falle und so. Und dann machst du dein Ding. Marine ein bisschen diverser zu gestalten. Jetzt auch der Landkampf wäre schön, glaube ich. Marine verdient sehr noch so ein bisschen Liebe. Und vor allem Luftwaffe verdient auch eine Menge Liebe, denke ich mal. Weil gerade aktuell Luftwaffe eigentlich das Irrelevanteste ist. Du siehst ja gar keine Bomber mehr. Also ich habe jetzt in meinen aktuellen Runden, die ich aufnehme, keinen einzigen Bomber gesehen. Also das ist wirklich irgendwie fast schon traurig. Weil die waren ja früher sehr oppressive. Die waren sehr, sehr häufig da. Die waren sehr stark. Klar hatten die diese große Kontermöglichkeit eben mit dem Einheiten aufteilen. Dadurch waren die dann gegen aktive Leute nie wirklich relevant. Aber seit den Updates machen die ja weniger. Und mit den ganzen Luftwaffe-Optionen haben die natürlich jetzt hart abgelöst. Weil du kannst ja leicht kontern. Du baust einfach Ballons ohne Ende. Und dann kommst du mit Bombern nicht mehr durch. Das heißt, die Bomber sind teuer. Aber du kannst mit billigeren Jägern und noch billigeren Ballons und Panzerwagen mit Leichtigkeit kontern. Das heißt, und auch der Panzerwagen-General, der wird natürlich deine Relevanz bekommen, habe ich gerade das realisiert, im Late Game als Luftwaffe-Anführer. Wenn der Defensivwert auch auf den Luftabwehr-Bonus gilt, dann müsste er, ist er ein Defensivwert, dann ist er natürlich ein optimaler Typ für deine großen Stacks, für deine Luftabwehr oder für Provinzzentren. Da ist der halt super geil drin, weil er auch schnell dann sich verschieben kann mit seinem Panzerwagen. Also quasi einen schnellen, notfallverschiebbaren Luftabwehr-General. Und somit sind Bomber halt aktuell fast gänzlich nutzlos, weil du kannst für den Wert der Bomber einfach Panzer bauen und bist halt besser dabei. Das ist wie mit Artillerie, der Bomber ist halt schön und gut, aber ist halt immer noch nicht so schnell, sehr unflexibel, sehr infrastrukturgebunden wie ein Eisenwagen-Geschütz und kann halt leicht gekontert werden. Das heißt, warum nicht einfach dann die Bomberressourcen in den Panzer stecken? Die Bomber werden den Panzer nicht aufwiegeln. Ein Bomber kann einen Panzer nicht zerstören, aber der Panzer kann den Bomber zerstören. Und dann hast du noch leichtere Möglichkeiten, den Bomber zu kontern, aber den Panzer kannst du nicht kontern. Also der Bomber ist gerade mehr oder weniger eine nutzlose Einheit und sollte eigentlich nicht gebaut werden. Es gibt noch Nischen-Szenen dafür, aber ich habe den Bomber jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das heißt, ja, es macht schon Sinn zu sagen, okay, wir gehen all in auf einfach Panzer. Aber da hoffe ich eben darauf, dass auch mit den Generälen vielleicht noch ein bisschen Liebe kommt für die Luftwaffe und dass man dann gucken kann, vielleicht machen Bomber noch andere Arbeiten, vielleicht können die nur irgendwie Moralschaden machen, weniger Truppenschaden. Ich weiß nicht irgendwas, weil Bomber waren ja eigentlich im Ersten Weltkrieg weniger taktischer, sondern eher strategischer Natur, wie die Zeppelin ja eigentlich auch waren. Es wurde ja nicht wirklich mit Sturzkampfwurmern gearbeitet. Das heißt, große Bomber-Stacks, die irgendwie ganze Armeen vernichten, waren ja im Ersten Weltkrieg keine Sache. Die waren ja sehr strategisch genutzt oder eher zum Spähen. Das heißt, da vielleicht eher ein Späflugzeug oder so oder irgendwas anderes. Also irgendwas für Luftwaffe, was noch neu ist, wäre cool. Ich denke, Späflugzeuge sind noch ein unerforschtes Gebiet. Die Jäger machen das ja im Prinzip. Da kann ich mir aber vorstellen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, dann auch als Konter gegen U-Boote, die ja schon sehr meta sind, zu sagen, okay, wir geben eine billige Einheit so ein bisschen auf Ballon-Niveau, also wirklich günstig zu bauen, 1.000 Holz, 1.000 Gas wie der Ballon, die man auch früh einsetzen kann, die auch von jeder Provinz fliegen kann, also die kein Flugfeld braucht, es ist einfach nur eben so eine Straße oder so, so wirklich irgendwas günstiges. Also eine Späheinheit, ein Späflugzeug, das dann einfach Provinzen aufdecken kann oder also in der näheren Umgebung, aber vor allem eben auch U-Boote aufdecken kann. Das könnte ich mir als sehr, könnte ich mir vorstellen als günstige Möglichkeit, um Küsten zu schützen und dann ist das natürlich eben kampftechnisch völlig irrelevant, aber kann eben dann wie ein Ballon halt gewisse Aufklärungsaufgaben übernehmen. Das fände ich sehr cool als Idee oder halt irgendwie ein Motorboot oder so zum U-Boot aufdecken. Da hat man eben auch dann Generalsoptionen. Das wäre alles sehr cool. So ein paar neue Einheiten kann ich mir da ganz gut vorstellen, aber Luftwaffe braucht generell Liebe, denke ich da. Da ist aktuell viel im Argen, weil die war ja früher sehr präsent. Und jetzt ist es nicht mehr... Ach, guck mal hier ein Zeppelin. Und auch die Zeppelin, die wünsche ich mir persönlich zurück. Also die müssten dringend angepasst werden, aber die wünsche ich mir als feste Einheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich freue mich, wenn ich neue Einheiten sehe. Supermise League ist ein sehr altes Spiel, das heißt, neue Sachen sind immer cool an sich und dann Zeppeline waren ja eine richtig coole Idee eigentlich. Machen ja auch Sinn, die fehlen ja irgendwie so ein bisschen hier. Die Ballons sind ja keine Zeppeline. Das heißt, warum nicht Zeppeline einfügen als feste Einheit? Fände ich cool. Die müssen stark genervt werden, das wäre wichtig. Aber dann mit dem ganzen Neuen dazu, mit dann der Idee mit Panzerwagen-General und allem und Luftabwehr und Flugzeugen und so, könnten die sogar in ihrer aktuellen Stärke ganz gut reinpassen. Weil Supermise ist ein langsames Spiel. Das ist nicht so schlimm wie die Nukes in Call of War. Und ganz ehrlich, die kann man ja schon abwehren. Die fliegen ja 10 Stunden. Weil das ist ja absolut, wie lange die brauchen. Das braucht 10 Stunden, bis sie da sind. Die kann man schon ganz gut abwehren, denke ich. Also vielleicht Zeppeline auch schon im aktuellen System, die passen. Auch die Sturm-Truppen waren ganz witzig. Ich würde mir auf jeden Fall neue Einheiten wieder wünschen. Und auch, dass die alten zurückkommen als permanente Additionen, waren ja eigentlich ganz witzig. Und da kann man auch dann Generäle einfügen, historische Zeppelin-Anführer und so. Das kann man ja alles machen. Hast du mehr Generäle, kannst du mehr Spaß haben, hast du vor allem auch mehr taktische Variabilität, dass man eben nicht die Schlachten nur gewinnt durch Panzer-Stacks. Weil auch das ist zwar eine neue Meta im Vergleich zur 12-jährigen Arti-Meta. Aber es wäre ja auch schön, wahlweise, wenn die Meta so durch ein paar Änderungen durchgeht immer wieder mal. Oder alternativ, wenn verschiedene Metas variabel sind. Dass du sagen kannst, okay, ich bevorzuge halt Artis. Und deshalb gehe ich weiter auf Artis. Ich habe dafür meine Optionen jetzt mit Support-Anheiten, mit den generellen. Und kann dadurch immer noch halbwegs effizient vorgehen gegen Panzer. Weil jede Taktik hat ihren Vorteil und Nachteil. Aber es geht noch. Weil aktuell ist ja ein Arti-Kampf eigentlich völlig irrelevant. Also wir werden eine Serie sehen tatsächlich irgendwann. Ich weiß nicht, wann die rauskommt auf dem Kanal. Aber eine Serie wird es geben, wo wir auch Artis bekämpfen zum ersten Mal lang tatsächlich. Und auch da wird man dann sehen, eben was ich meine. Weil aktuell ist es halt völlig irrelevant. Du kannst richtig geil auf Artis gehen, aber du wirst damit nicht viel tun. Auch mit dem General. Panzer sind einfach stärker. Und da würde ich mir wünschen, dass es dann trotzdem irgendeine Möglichkeit gibt, das tatsächlich ganz gut hinzubekommen. Auch trotzdem noch Arti zu spielen, trotzdem noch Bomber zu spielen. Weil aktuell, es geht halt wirklich nur um Panzer. Und wenn die noch einen General bekommen, die Panzer, dann sind die Panzer völlig OP. Weil aktuell haben die Panzer ja ein Problem, dass sie keinen entsprechend guten General haben. Der beste General für die Panzer aktuell ist Allenby, weil der aufgelevelt den Speed-Bonus gibt. Aber wenn es dann mal einen richtigen Panzer-Anführer gibt, der auch noch Kampfboni gibt und dringend noch einen Panzer mitschickt, dann ist es halt vorbei. Weil dann sind die Panzer wieder noch stärker als vorher. Und aktuell sind sie immer noch stark, obwohl es generelle gibt, die eher für andere Einheitentypen gut sind als für sie. Die meisten sind eher Early-Game, bis auf den Georg Bruchmüller. Aber, und vielleicht auch noch der, der, ähm, und da muss es halt irgendwie Möglichkeiten geben, die besser zu bekämpfen. Da waren sicher die Festungsänderungen ein Teil davon. Aber da kann bestimmt noch mehr getan werden. Und, ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.